Der Nussknacker und die vier Reiche seit dem 14. März auf Disc zu haben und zu streamen bestimmt auch. Klar. Jo, hast du den Mund leer? Ich hab wirklich sehr, sehr viele Erdnuss. Gut, dann mach ich noch kurz die Facts. Du kannst ja dann anschließen. Ich könnte aber auch. Nee, komm, ich mach. Also Regie hat geführt Lasse Hallström, das ist der Bruder von Lasse Samenström. Oh Gott. Und du beschwerst dich über meine, ach du liebe Zeit. Gut, Lasse Hallström, ihr kennt ihn von Gottes Werk und Teufels Beitrag, von Gilbert Grabe, von Bailey, ein Freund fürs Leben und ein Film, den ich jetzt vor ein paar Tagen erst geguckt habe, Hachiko. Über diesen Hund, der zehn Jahre lang am Bahnhof gewartet hat. Also ich hab ihn noch nicht gesehen, ich kenn die Story, aber das muss aber so schlimm sein. Tief traurig und schön. Da gibt's diese Future Warmer-Folge, das guckst du da wahrscheinlich auch nicht, aber wo auch der Hund immer auf, oh Gott, das ist, das bricht mir das Herz. Das ist tief traurig, ja eben. Wir haben hier einen Cast mit Mackenzie Foy, die der eine oder andere vielleicht noch kennt als Renesmi aus den Twilight-Filmen. Bis zum Ende nach Teil 2, in Teil 1 sehen wir so ganz kurz und in Teil 2. Hast du die eigentlich gesehen? Ja, leider nicht. Ehrlich? Warum? Da war eine Frau im Spiel, oder? Ich wurde damals noch beauftragt, darüber zu schreiben. Das tut mir leid, weil ich hab mit meiner Frau, wir haben uns dann, weil das dieses Weltphänomen war, haben wir gesagt, ey. Ja. Und es gab die Möglichkeit, ich hab die 3er Blu-ray-Box für ein ablundenei, wie man bei uns sagt, gekriegt. Wow, du hast ihn sogar zu Hause? Ja, aber wir haben dann gesagt, ey, wir müssen das machen und dann haben wir den ersten Film geguckt und dachten, nee, das machen wir nicht. Umso schöner fand ich dann, dass Robert Pattinson in dem einen Harry Potter stirbt. Ja, wir haben dann nicht weiter, obwohl viele sagen, ja, ab dem zweiten wird's besser und ich denke mir, ja, nein, nein, nein. Muss nicht. Das passiert nicht, nee. Hauptsache Taylor Lautner darf das T-Shirt ausziehen. Aber sie hat ja noch woanders mitgespielt. Ja, genau, unter anderem in der Nussknacker und die Führer. Aber auch in Interstellar und da war hier nämlich die Tochter, also Murphy, die Tochter von Matthew McConaughey. Boah, also der Film hat mich ja am Ende echt, also der hat mich fertig gemacht. Bei der der Staub aus dem Regal kam. Ja, also ganz, oh Gott, diese eine Szene als Mann, ey, ich war fertig. Ja. Ja, das stimmt. Also da könntet ihr sie herkennen, ansonsten kennt ihr auch noch Keira Knightley, die ist ja bekannt aus Fluch der Karibik und diversen anderen Sachen. Helen Mirren, die tolle Helen Mirren. Morgan Freeman. Wer hat Morgan Freeman? Ja. Und Matthew McFadden spielt auch noch mit. Bisschen unbekannter vielleicht, aber durchaus könnte man den Namen schon mal gehört haben. Ja, lief in Deutschland auch recht erfolgreich im Kino, in den USA glaube ich eher nicht so. Hat auch 120 Mille gekostet, also Mio, nicht Mille. Und basiert letztlich auf einer Erzählung von ETA, oder ETA Hoffmann, ETA, GTA Hoffmann, auf der Erzählung der Nussknacker und Mausekönig. Und ja, dem gleichen haben wir ein Ballett der Nussknacker. Man kennt ja diese unvergleichliche Musik, diese Glockenklänge, die ist schwierig nachzusehen, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, das Ballett von Tchaikovsky, du hast es gesagt. Weißt du, wer das in dem Spiel, in dem Film gespielt hat? Die Nussknacker-Sweet? Du meinst den? Nein. Das war lang, lang. Ach ja, das ist der Bruder von Kurz. Nein, den bring ich jetzt nicht. Ein sehr außergewöhnlicher Pianist, möchte ich sagen. Absolut. Super, super Typ. Also, die haben sich auch wirklich um die Musik super viele Gedanken gemacht. Du sagst, es ist so ein Kreuzung zwischen den beiden Themen. Und zu der Musik ist es so, dass der Soundmeister des Films sich auch total darum gekümmert hat, dass halt alle Sachen, die nicht aus dem Ballett vom Nusskacker sind, sich wirklich so in die Richtung auch anhören. Ja. Hat er gut gemacht, von der Musik her. Also, die Musik ist gut. Du hast vorhin gesagt, Mackenzie Foy, die spielt Clara. Und die liebe Clara, die verliert ganz am Anfang ihre Mutter. Ja. Und weiß nicht, wie sie mit der... Das ist mir ja mal aufgefallen, ist ja oft in Disney-Filmen, ne? Ja, ja, super häufig. Deshalb, wenn du dann irgendwann die Chance hast, dir nochmal Karos im Netz, also den zweiten Ralf-Reichs anzugucken, und diese Prinzessin-Szene, da geht es auch sehr häufig darum, wer welche Gemeinsamkeiten hat. Das ist unheimlich lustig. Also, ja, ich wurde von einem Prinz gerettet. Ja, ich auch. Und mein Vater ist tot. Ja, meiner auch. Und ist wirklich so. Ist echt gut gemacht. Ja. Sie weiß nicht so wirklich, wie sie damit umgehen kann. Und sie findet halt die alte Spieluhr ihrer Mutter. Und sie will die öffnen. Und sie weiß aber nicht, wie. Und da hilft ihr ihr Patenonkel. Du hast vorhin von ihm gesprochen. Morgan Freeman, der den guten Drosselmeier spielt. Drosselmeier. Und diese Spieluhr, muss man dazu sagen, ist ja ein Ei, ne? Das hat ja die Form eines Eis. Ja, ich dachte auch direkt. Ein bisschen aus wie das Easter Egg aus Ready Player One, ne? Warst du auch dabei? Habe ich direkt total dran gedacht. Sofort dran gedacht. Oder klar, an die Dracheneier von Daenerys Sturmgeborene aus Game of Thrones, ne? Weißt du Bescheid? Ja, ja, ja. Daenerys Teilhaien. Ja, ja. Genau, die da in dem Nest. Ja, ja. Dem Nest. Und deshalb wird sie im Endeffekt passiert Narnia. Also sie kommt in eine andere Welt. Da wird sie reingezogen. Sehr gut, ja. Und diese andere Welt, die besteht halt aus vier Reichen. Und ja, in dieser Welt ist es so, dass halt der Frieden, der wird bedroht. Und jetzt trifft sie auf... Ja, man muss dazu sagen, sie ist ja letztlich dann in dieser Narnia-Welt, weil sie auf dieser Weihnachtsfeier von ihrem Onkel Drosselmeier den Schlüssel dafür kriegt. Aber der wird ja von der Maus geklaut, ne? Genau. Und die rennt ja dann rein in diese Welt und dann zack. Ich glaube, der heißt Mauserick oder so. Und die Maus, sag ich direkt, ist so für mich ein bisschen das Highlight des Films. Also die ist... Ja, für mich war es was anderes. Ja, es gibt noch eine zweite Szene, wo ich glaube, dass du hingehst. Aber die Maus war sehr, sehr schön gemacht. Die hat Spaß gemacht. Die klaut den Schlüssel, wie du es gerade schon gesagt hast. Und den muss sie jetzt suchen. Und es gibt eine dunkle Macht, die die Reiche bedroht. Und jetzt will sie das Königreich verteidigen. Denn ihre Mutter, das wird ihr von allen gesagt, war auch schon mal in dieser Welt. Die war doch die Königin. Deshalb ist sie Prinzessin. Also eine Disney-Prinzessin. Warum denn nicht? So wie Leia. Ja. So. Ungefähr. Also es gibt die Zuckerfee, von der haben wir vorhin schon gesprochen, hier über Nightly. Dann gibt es noch den Hagedorn, der das Blumenland regiert. Und es gibt auch noch Shiver, der das Land der Schneeflocken regiert. Und da kommt dann auch eine... Mutter. Mutter Ingwer. Mutter Ingwer. Auf dem Weg dorthin lernt sie Philipp kennen. Und Philipp, der Fipsi, der ist ein Nussknacker. Und der ist auch der Anführer der Königswache. Das ist ein junger, schwarzer Mann. Also ihr wisst, was ich meine jetzt. Bitte nicht wieder diese. Ihr wisst, was ich meine. Dunkelhäutiger Mann. Und der erst nicht so wirklich weiß, wie er mit ihr umgehen soll. Aber da merkt er, dass es die Prinzessin ist, will er sie natürlich auch beschützen. Und ja, wie gesagt, wenn sie dann ihr das Volk kennenlernt, gibt es eine sehr, sehr lange Ballettszene. Weil das nun mal auf diesem Ballettstück basiert, in dem auch der Mäusekönig vorkommt. Und der Mäusekönig, das sind keine lustigen, kleinen, netten Mäuschen, sondern der ist gruselig. Ja, also der besteht halt, im Endeffekt sind es ganz, ganz, ganz viele kleine Mäuse, die sich zu so einem Umgetüme auftun. So ein bisschen wie in Ralfrechts 2, hast du ja nicht gesehen. Ja, so ein bisschen wie bei Find and Nemo die Fische, die immer im Schwarm schwimmen und dann diese Figuren machen. Genau, im Endeffekt Transformers. Und so. Ohne Hupe. Ohne Hupe ist die ein oder andere dabei. Ja, es geht jetzt um ihren Kampf gegen diese bösen Mächte. Die Frage ist, wer ist wirklich der Böse? Sie sucht natürlich die ganze Zeit eigentlich nach ihrer Mutter und nach ihrer Identität. Darum geht es in dieser ganzen Sache. Sie findet ganz und trifft ganz, ganz viele illustre Figuren. Wie gesagt, wie in Narnia oder wie in auch Alice im Wunderland. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und da gibt es eine Szene, über die ich gerne sprechen möchte, denn sie trifft auch auf ganz, ganz viele Clowns. Und zwar auch. Ja. Das sind fast schon Horrorclowns, muss ich sagen. Also die sind etwas gruselig. Wenn man die stechen will, dann der eine macht seinen Bauch quasi auf. Also das ist schon, der Film ist. Aber das war mein, das war ja mein persönliches Highlight. Ja, aber du hast es gesehen. Die Szene ist ja nicht ganz ungruselig. Nee. Der ist ab Null freigegeben. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also wenn ich das mir angucke und auch, es gibt zwar ein großes, ist es ein Disney-Film und es gibt, klar gibt es ein Happy End. Aber wie ich sage mal, der Bösewicht besiegt wird, also das fand ich auch ganz schön hart. Ja. Und deshalb finde ich die Null, also das würde ich mir erst mal überlegen. Ja, das ist tatsächlich für die ganz Kleinen, dann vielleicht ein bisschen too much. Dann lieber Patterson und Findus. So, ja. Ja. Was man noch dazu sagen muss, also ihr habt die Story, vielleicht kennt ihr sie auch schon. Das Ding ist super opulent ausgestattet, also in Sachen Kostüme. Da haben sie halt auch Jenny Beaven, die das Ganze macht. Die hat zweimal den Oscar gewonnen und hat unter anderem als letztes für Christopher Robin auch die ganzen Kostüme gemacht. Also die weiß definitiv, was sie macht. Das ist super bunt. Man merkt so ein ganz kleines bisschen, ich sag mal so einen russischen Einschlag in den ganzen Sachen. Allein bei den Kampfclowns, ne? Allein bei den Kampfclowns, aber auch beim Ballett und beim ganzen Design, finde ich. Ja, ja. Deshalb ist es, ich finde, die Story ist teilweise schon ziemlich hart. Also gerade wenn man für die Kleinsten sich das anguckt. Das sollte man sich, also ich würde es nicht einem Drei- oder Vierjährigen zeigen. Das würde ich nicht. Nee, 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 nee. Ich würde so ab Zehn gehen, aber das muss jeder für sich wissen. Ich finde so für einen Dreijährigen ist das leider auch viel zu wild. Es passiert halt super viel die ganze Zeit, ne? Ja, der kommt nicht klar. Also du hast es gerade schon gesagt, es ist bunt. Es ist eigentlich wieder, ja, visuell typisch Disney-Märchen. Prachtvoll, bunt, pompös. Ja, und ein Mix so aus vielen bekannten Zutaten. Ein klebriger, süßer Brei, finde ich. Das trifft es tatsächlich ziemlich gut. Sehr klebrig. Ja. Und ich habe es schon mal gesagt, also wer, es gibt ja Menschen, die eine Mäusephobie haben. Also das kann man sich nicht angucken. Das sollte man nicht tun. Ich fand... Leute, die eine Clownphobie haben, vielleicht auch nicht. Also das hat wirklich was von den Horrorclowns gehabt. Ja, die fand ich gut. Ich fand die auch gut, aber ich hatte deshalb so ein bisschen das Gefühl, dass der Film nicht wirklich weiß, an wen er sich richtet. Ja. Ja, das stimmt schon. Und so schön die Ausstattung, so bunt das auch war, trotzdem hast du gemerkt, dass es immer irgendwie... Also diese riesigen Menschenmengen oder so, das gab es nicht. Und so opulent es war, ich fand, manchmal sah es etwas billig aus. Habe ich tatsächlich auch mir hier notiert, dass mir manche Effekte, wie ich auch eben schon bei Captain Marvel gesagt habe, ein bisschen unfertig vorkamen. Also vor allen Dingen auch so die Hintergründe teilweise. Boah, manchmal sehr künstlich. Ich hatte es auch im Dezember, es war... Ja, du hast gesagt, wir waren in Deutschland erfolgreich, aber also so eine riesige Werbemaschinerie war nicht da. Nee, das stimmt. Das gab es nicht. Vielleicht auch, weil sie wussten, dass sie trotzdem funktionieren würde. Ich habe ja tatsächlich ein bisschen Probleme mit ihr so gehabt, mit der Clara Stahlbaum, weil ich die von Beginn an sehr unsympathisch fand, muss ich sagen. Ja, ich auch. Und da hatte der Film für mich so ein ganz großes Problem direkt vorweg, wenn ich die Hauptfigur sofort blöd finde. Wobei, das hatte ich aber schon mal bei... Ich weiß nicht, wie der hieß. Also Alice, der Film von Tim Burton, hieß der Alice in Wonderland, der erste. Ja, ja, klar. Ich konnte sie auch, also ich fand sie auch komplett unsympathisch und egal. Und das hat den Film für mich auch so ein bisschen nach hinten geworfen. Und das war hier auch so. Ja, das fand ich auch. Ist schon ab und zu, also ja, größtenteils nett anzusehen. Optisch, sehr opulent, haben wir ja gesagt, aber ist für mich auch kein großer Wurf. Nee. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film sonntags morgens hier nach meiner Geburtstagsfeier mit einem sehr leichten Kater geguckt. Dafür war er aber perfekt. Wahrscheinlich haben die Mäuse deinen Kater irgendwie verjagt. Nee, wirklich, weil das halt so, ja, so, ist mir egal. Ja, du konntest auch mal zehn Minuten nicht hingucken. Genau, ja. Und war trotzdem alles noch bunter. Vielleicht lag es auch an meinem Kopf. Ich weiß nicht, was du alles getrunken hast, ja. Nur das gute Kölsch. Das trinke ich übrigens gerade sehr lecker. Zu den Nüsschen. Ja, wie ist denn dein Fazit? Also, was würdest du dem Nussknacker denn freudscher versprechen? Ja, die Sache ist, dass ich, also ich weiß, die Musik total zu schätzen und ich weiß auch die Ausstattung und auch einige Ideen zu schätzen. Und es ist ja auch noch ein Disney-Film. Ich finde den für einen Disney-Film aber ziemlich schwach. Ja, finde ich auch. Im Gegensatz zu anderen Filmen ist der definitiv noch okay, aber er ist halt exakt für mich okay. Und was ich normalerweise bei Disney-Filmen sehr selten mache, ist, er würde ich eben ganz klar eine 2,5. Für mich ist das ein kompletter Durchschnittsfilm. Du verpasst nichts, wenn du ihn nicht guckst. Und wenn du ihn guckst, dann ärgerst du dich auch nicht. Und deshalb gibt er 2,5 von Filmfolio Schaukel von mir. Gehe ich d'accord, habe ich auch. Zweieinhalb. Wirklich purer Durchschnitt einfach. Schade. Wirklich schade, weil hätte man, glaube ich, mehr draus machen können. Gehe. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020